Herzlich Willkommen zu einem neuen Abenteuer Typen von Midgard aus dem Codex. Ein zauberkundiger Kämpfer, ihr habt es ja bereits gelesen, eine Spielklasse oder ein Beruf, der im Rollenspiel schon ein bisschen altbacken ist oder altbekannt, so wie der Barde, der so ein bisschen aus der Mode gekommen ist und auch nicht mehr in jedem Rollenspiel vorkommt. Hier jetzt ein zauberkundiger Kämpfer, ein Ordenskrieger. Ein Ordenskrieger, man kann es auch mit anderen Worten sagen, ein Paladin, der mit göttlicher Kraft für seinen Glauben gegen die Finsternis, gegen Ketzer und Ungläubige ins Feld sieht. Ja, der Ordenskrieger ist einer der wenigen Charaktere, die bei Midgard von Anfang an ein Kettenhemd bekommen können, nein bekommen, sogar geschenkt bekommen und die auch in dem Kettenhemd ihre Wunder wirken können natürlich, also auch zaubern in dem Kettenhemd und das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Der Ordenskrieger hat auch ein paar Nachteile, aber ist auf jeden Fall, obwohl er altbacken daherkommt, eine interessante Figur, auch für Einsteiger, aber mit Vorsicht zu genießen und ich bitte euch jetzt, wenn ihr erfahrene Spieler seid, schreibt doch mal eure Erfahrungen mit Ordenskriegern unter dem Video in die Kommentare, auch in Bezug auf meine Aussagen, die ich dazu tätige, denn der Ordenskrieger ist für mich eine sehr kontroverse Figur im Fantasy-Rollenspiel, denn er kann sehr, sehr leicht gespielt werden, hat niedrige Einstiegsvoraussetzungen, so wie ich es auch hier aufgeschrieben habe, denn man muss eigentlich nur einem gewissen Dogma folgen und das ist, was der Gott sagt, das ist mein Weg, das ist die Richtung. Also schnappe ich mir mein Quellenbuch, schaue, was der Gott für eine Stilrichtung hat oder für eine Ausrichtung oder eine Prägung und dann laufe ich einfach dieser Prägung hinterher. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das können Anfänger relativ gut spielen, dazu kommt noch der, ja, die Kampfstärke, denn der Ordenskrieger bei Midgard kann sich sehr, sehr gut selbst stärken, kann sich Vorteile, Boni, Rüstungsschutz oder was auch immer alles verschaffen durch die göttliche, ja, durch die göttlichen Wunder, die er wirken kann, aber er kann noch in eine andere Richtung gespielt werden, nämlich als Unterstützer der Gruppe, der Segen verteilt, der, ähm, die Gruppe, der der Gruppe Kraft spendet und so weiter, also man kann das natürlich auch alles kombinieren, ne, sich selbst stärken und die Gruppe auch stärken und alle stärken, also man kann für die Gruppe spielen, man kann auch nur für sich spielen, kommt einmal ein bisschen drauf an. Die Ordenskrieger sind meistens in irgendwelchen, ähm, Geheimbünden oder Ritterorden oder sonstigen Dingen, ähm, verhaftet, die dann der Religion unterstehen, dementsprechend ist er, ähm, nur da zu finden, wo es auch, ja, so Religionssysteme gibt, ne, so übergeordnete Kirchensysteme, wie in Alba oder in Eschar, Aran oder, oder in solchen, solchen Ländern und, äh, der, der Gott, ähm, ist in erster Linie egal, ne, ähm, man ist einfach ein Streiter seines Gottes, ne, also man hat nicht immer den gleichen Gott, das ist klar. So, warum ist der Ordenskrieger jetzt für mich so eine kontroverse Figur? Ähm, er ist halt sehr, sehr leicht zu spielen als Fanatiker, ne, man kann dann sagen, mir ist scheißegal, was meine Gruppe macht, äh, wie dieses Abenteuer ist und so weiter, ich mach nur das, was mein Gott sagt und wird dann zu so einem Fanatiker einfach, der einfach nur ohne nachzudenken hohl irgendwelche Dinge tut. Und da sind dann auch gerne erfahrene Rollenspieler dabei, die sich dann auf die Schulter klopfen und ihr, ach, so tolles Rollenspiel preisen, weil sie die komplette Gruppe blockiert haben und keinen Gedanken daran verschwendet haben, dass man vielleicht auch, äh, mal sagen kann, hm, will ich jetzt, will ich jetzt, äh, stur meinem Glauben folgen und meine Waffenbrüder, meine Freunde, ähm, so vor den Kopf stoßen, ähm, die ja auch vielleicht diesem Gott angehören und für diesen Gott kämpfen, ähm, und die Katzen wieder hinter mir total am Abgehen, ähm, will ich jetzt, also mein, mein, mein Problem ist an Ordenskriegern häufig, dass sie, dass sie einfach nur stumpf fanatisch gespielt werden, ja? Ähm, denkt euch doch mal, oder die Leute, die Ordenskrieger spielen, würde mich mal interessieren, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, spielt ihr euren Ordenskrieger fanatisch, ja? Also, erst mal wird überlegt, was der Gott sagt und dann was, was der Ordenskrieger spielt, oder spielt ihr ihn so, dass er eine reale Figur ist, meiner Meinung nach, die natürlich fest im Glauben ist, aber es gibt auch noch, es gibt ja auch noch, äh, andere Dinge im Glauben, ähm, als nur, ja, ich, ich bin jetzt, äh, absolut gehorsam, gut, das mag in der DNA des Ordenskriegers ein bisschen verankert sein, aber ich glaube nicht, dass ein, auch ein strenggläubiger Mensch, ähm, in jeglicher Situation sagt, ist mir egal, was meine Freunde in dieser Situation für richtig erachten, ich mache nur das, was mir der Glaube sagt, weil wenn das so ist, dann findet doch auch ein Ordenskrieger keine Freunde, dann braucht er doch eigentlich auch gar nicht mit einer Gruppe ausziehen und ich spreche nicht davon, ein Ordenskrieger aufgeweicht zu spielen, so, ne, so dieser Kuschel-Org, ja, dieser berühmte, also das ist dann ein Org, der gespielt wird, aber der wird eigentlich gespielt wie ein Mensch, außer dass er grün ist, ne, das meine ich nicht, sondern, dass man sich auch Gedanken macht, ja, mein, mein Charakter, der muss ja auch Entscheidungen treffen, die vielleicht auch nicht so ganz passend sind, der muss ja auch, ähm, der muss ja auch vielleicht mal seinen Glauben prüfen oder so, ne, also, äh, schreibt mir gerne eure Informationen oder eure Erfahrungen zu Ordenskriegern oder Schrägstrich Paladinen in eure, in die Infobox, ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig, aber, wie gesagt, er ist leicht zu spielen, weil er ein Kettenhemd bekommt, weil er schöne Wunder wirken kann, um sich selbst zu stärken, ähm, ja, und noch so ein paar Dinge, äh, zum Beispiel seine Eigenschaften liegen auf Stärke und auf Zaubertalent, ähm, da sehen wir dann auch die, die Mischung, ne, also ein Ordenskrieger haut auch meistens ordentlich rein, ähm, das braucht er natürlich, wie gesagt, er ist ein Kämpfer, er ist ein Vorkämpfer, er ist ein Elitekrieger im, im Glauben und dementsprechend auf jeden Fall sind diese zwei Dinge richtig und wichtig, ähm, Ordenskrieger kommen nur bei Menschen vor, ja, es gibt keine Ordenskrieger bei nichtmenschlichen, ähm, Völkern, allerdings, wie gesagt, es ist wieder so eine, ja, so eine Sache, ähm, warum sollte, ähm, ein, irgendein Nichtmensch nicht auch eine Lebensschuld vielleicht begleichen bei einem Gott und sagen, ich werde jetzt ein Ordenskrieger, das sind Rollenspielauslegungen, ne, bei Midgard ist ja immer so, ne, es ist alles in Stein gemeißelt, ja, aber es gibt immer Dinge, die man, die es, äh, geben kann und dann überlegt man sich, äh, wie es dazu gekommen sein kann und dann ist das auch alles möglich. So, typische Fertigkeit, der Ordenskrieger hat Athletik, kann er aussuchen oder meditieren als Startvoraussetz oder Startfertigkeit, ähm, Athletik, da kann er, äh, einige körperliche Dinge, äh, besser machen als andere, die keine Athletik haben, ihm stehen dann in gewissen Situationen, die mit Bewegung, mit Bewegung zu tun haben, nochmal einen Wurf zu auf Athletik, das andere nicht haben, ähm, und dann kann er meditieren von Anfang an bekommen, was ich sehr gut finde, meditieren, da muss man eine gewisse Zeit, ich weiß nicht, zwei Stunden oder drei Stunden, muss man meditieren und dann bekommt man seine Ausdauerpunkte zurück und dann hat man irgendwie ein oder zwei Tage, wo Meditieren nicht mehr funktioniert, dann muss eine gewisse Zeit weggehen, aber das bedeutet, dass der Ordenskrieger natürlich einen harten Dungeon, ähm, hinter sich bringen kann und kann dann wirklich sagen, ähm, wenn die Gruppe sich darauf vorbereitet, kann er meditieren und kann komplett frisch in den Kampf gehen und er braucht ja die Zauber, äh, die, die Ausdauerpunkte auch zum Zaubern und zum Kämpfen natürlich, zum Abwehren und dann, ähm, und so weiter, also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir schauen uns mal die ganzen Lernpunkte an, er kann Alltag, bekommt er zwei Lernpunkte, ja, Kampf 3, ne, da sind halt auch, ähm, da sind halt auch viele Kampffertigkeiten dabei und Wissen 2, ne, also er soll auch ein bisschen Sprachen lernen, aber der Fokus bei so einem Vorkrieger ist ja nicht auf Wissen, er soll nicht viel wissen, er soll eher glauben, ne, er bekommt natürlich eine umfassende Waffenausbildung und kann mit 18, äh, mit 18 Punkten schon ordentlich was reißen, dazu bekommt er natürlich das Kettenhemd, die Katze reißt gerade den Kratzbaum ab und er bekommt, äh, hier Wundertaten, ähm, da kann er, ähm, da kann er, ähm, ja, drei Lerneinheiten drauf verwenden. Ähm, diese Wundertaten, wie gesagt, ne, er kann in zwei Richtungen so ein bisschen gehen, sagen wir mal so in zweieinhalb Richtungen, ne, einmal sich zu stärken, einmal seine Gruppe zu stärken und einmal so ein bisschen erkennen von finster, also ein bisschen so ermittlermäßig, ne, also erkennen von, so Aura erkennen und erkennen von finster Werk und sonstigen Dingen, ähm, kann dort da gut dann, ja, unterstützen, also Ordenskrieger, also von der, von der, von den Fähigkeiten her hat er ganz, ganz wenig und das sehen wir auch hier im Lernfokus, er hat nur, äh, eine 10er, ähm, EP-Gruppierung und das ist der Bereich Körper, Kampf kostet 20 und ansonsten ist nicht mehr viel, ne, die ganzen anderen Fertigkeiten sind sehr, sehr teuer beim Ordenskrieger, zwischen 30 und 40, ähm, und gerade alle Dinge, die zwielichtig sind, äh, die, sagen wir mal, ja, zwielichtig ist ein gutes Wort, sind wie Unterwelt und Halbwelt, die kosten ihm halt 40 und kann er in der Regel auch nicht, oder macht in der Regel etwas weniger Sinn zu lernen, aber natürlich kann er das. Mein Fazit, Ordenskrieger, der ist so leicht zu lernen, ne, schwer zu spielen, meiner Meinung nach, also wenn man ihn gut spielen will, sollte man sich vielleicht vorher Gedanken machen, ähm, dass es auch Glaubenskonflikte geben kann und dass man nicht immer nur, meiner Meinung nach stur, äh, seinem Glauben hinterher rennt, ähm, das ist für mich kein gutes Rollenspiel, das ist für mich Abarbeiten von Dogmen und Fanatismus und das macht in den meisten Gruppen keinen Sinn, auch wenn es mal spannend sein kann, dass ein Ordenskrieger, äh, vielleicht dickköpfig ist und die Gruppe einen anderen Weg finden muss, ähm, aber, ja, das gehört halt alles auch zum Rollenspiel dazu, ähm, unterm Strich auf jeden Fall eine schöne Klasse für Leute, die gerne, ja, so, 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 ähm, religiöse Klassen spielen und ein kleiner Vorteil ist natürlich, da er ein Glaubenskrieger ist und stark im Glauben ist und auch viele Dinge für sein Glauben dann tut, per Definition bekommt er natürlich auch gerne mal göttliche Gnade, ähm, göttliche Gnade ist, ähm, so ähnlich wie Schicksalsgunst und kann, wird meistens, ähm, ja, äh, meistens etwas reichhaltiger vergeben als Schicksalsgunst und göttliche Gnade kann, ähm, ja, kann auch nochmal in kniffligen Situationen mit einem Stoßgebet oder sonstige Dinge, ähm, den Ordensritter vor schlechtem Karma bewahren und vielleicht auch vor dem Tod. Alles klar, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da, unter dem Video findet ihr die Playliste, in der alle, ähm, Midgard-Charaktere oder Midgard-Abenteurer-Typen nach und nach erscheinen und nicht nur die im Kodex, sondern auch die in Dunkle Mächte, das Mysterium und, äh, das Erbe der Löwensöhne, da ist auch noch was drin und vielleicht auch noch, jetzt sage ich jetzt hier, weil es mir gerade so spontan einfällt, vielleicht auch noch Charakterklassen, ähm, aus alten Editionen, ähm, die werde ich aber dann separat markieren, ähm, die aber mit ein wenig Aufwand auch für Midgard 5 spielbar gemacht werden können. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, macht's gut, Leute, und ciao.